Ich kann nie unten aufgefahren. Weh? Da rein. Leute, Hallöchen zum nächsten Video. Wie gesagt, nehme ich euch jetzt überall so ein bisschen mit. Kannst schon ruhig zaufahren. Fahre ein wenig weiter. Überall ein bisschen mit. Und dann auch bei solchen Sachen. Ich bin mit dem, der gerade im Bild war, auf dem Weg zum Außeneinsatz. Das ist mein Vater. Meine Eltern sind gerade auf der Insel zum Urlaub machen ein paar Tage. Und jetzt habe ich gesagt, wer Urlaub machen kann, kann er seinem Sohn kurz helfen, seine Downhill-Strecken ein bisschen auszuschneiden. Deshalb, jetzt sind wir auf dem Weg zu der Strecke, die direkt wirklich nah hier bei der Wohnung ist, die ich demnächst öfter fahren will und ein bisschen auf Zeit fahren will. Deshalb will ich den gescheit ausasten, dass der gut fahrbar ist. Das machen wir jetzt. Vater dabei. Genau. Jetzt ist es mittags. Ich habe heute früh mein Fitnesstraining ein bisschen gemacht. Jetzt werden wir heute zwei Stunden die Strecke ausschneiden. Ich habe nämlich dort schon letzte Woche angefangen. Die Hälfte ist schon ausgeschnitten. Oder die erste Hälfte von der Strecke. Jetzt machen wir die untere Hälfte. Genau. Nehmen wir euch kurz mit. Und dann mal schauen, ob ich es heute noch schaffe, die Strecke schon mal einzufahren. Also geht ab. Das schaffst du schon. Einfach Gas 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 Gas. Ja Gas. Also genau deshalb kommen wir hierher, weil alles mit so Dornen geschichten zugewachsen ist. So, jetzt wird es, glaube ich, jetzt wird es zu steil. Da stellen wir es an und gehen hoch. Ungefähr jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin, haben wir dort die Ohren aufgespießt, an denen ich esse. Ich gehe das gerade das erste Mal ab. Check gar nicht, ob ich hier Rad fahren konnte. Soll ich einen Rucksack nehmen? Gib her. Das wird jetzt noch viel steiler. Ja, ja. Geht noch. Scheiße. Alter. Da kann man nicht durchfahren. Also Leute, jetzt mal ohne Witz. Ich gehe die Strecke jetzt auch das erste Mal ab. Das ist... Also zum Stürzen ist es das Todes. Das Zeug ist alles so scharfkantig, felsig, verblockt. Ich habe nie unten aufgefahren. Wehe. Da oben. Doch. Die Linie ist, du kommst da runter, fährst hier und genau dort, wo deine Hände ist, machst du einen Bogen. Das ist aber jetzt auch das Steilste. Was? Also wenn du das haust, steiler wird es nicht mehr. Ich weiß gar nicht, für was ich meinen Hackerl dabei habe. Alter. Einfach bloß ein bisschen... Das geht. Ein bisschen weg. Das Ding. Auf Lenkerhöhe ist, weil die Piks noch nicht mehr so weg sind. Das ist immer noch eng, aber jetzt geht es nicht mehr. Das ist immer noch eng, aber jetzt geht es nicht mehr. Jetzt kann man wenigstens durchfahren, ohne dass man sich da komplett abschlitzt. Und die Wanderer können auch aufrecht durchgehen, endlich. Die Büschler hier unten bleiben, um ein bisschen den Slalom-Charakter noch zu lassen. Und dann... Jetzt sind wir durch. Hey, kannst du ein bisschen schneller arbeiten, bitte? Nein. Ein bisschen schneller arbeiten. Nein, wir sind durch. Top. So, Special Einsatzkommando zieht wieder ab. Danke. Bitte. Du gebt dir keinen Verhaust. Also Leute, ich habe es gestern nicht mehr geschafft, die Strecke direkt einzufahren. Es ist dann schon gleich dunkel geworden. Jetzt bin ich aber wieder auf meiner abendlichen E-Bike-Runde und will es mal runterlassen, was ich mir aber gestern dann gedacht habe, nachdem ich mit meinem Vater die Strecke ausgeschnitten habe und das eigentlich mal gesehen habe, ist, dass das wahrscheinlich keine Strecke wird, die ich auf Zeit fahren will. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Also zumindest nicht alleine. So in der oberen Passage und alles ist alles easy. Da, wenn es dich rein streicht, ist okay. Aber unten in dem richtig steilen und wo nur wie so ein Riff ist, wo dich aufschlitzt. Also ich werde es jetzt trotzdem ein, zwei Mal runterlassen, einfach um zu schauen, ob mein Ausasten was gebracht hat. und ich denke schon. Okay, schauen wir mal, wie sie ist. Woh! Woh! Woh, Woh, Woh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt Wer das erste Video gesehen hat, wo ich die Strecke schon mal runtergefahren bin Gegenüber Elza Was für Unterschied immer noch Natürlich komplett eng Aber das ist eigentlich cool Deshalb mag ich die Strecke eigentlich Weil man wieder lernt, so richtig präzise, schnell zu handeln Und gut ist auch, dass die Strecke bloß eine 800 Meter Luftlinie oder einen Kilometer von der Wohnung weg ist Und kurze Arbeitswege steigern halt die Effizienz So, Video vorbei Ich fahre das auf jeden Fall jetzt noch ein paar Mal Boah, echt schwierig Also das ist wirklich so eine Strecke Wo man glaube ich, wenn man es oft fährt Weil ich habe jetzt wirklich ein bisschen Schiss Wenn man die Strecke oft fährt Und natürlich schafft, da dann nicht irgendwie zu stürzen Dann stumpft man glaube ich gut ab im Kopf Das ist gut Aber das habe ich mir schon öfter mal Ich habe mir öfter gedacht, weil ich nach Downhill gefahren bin Wie würde es wohl sein Wenn du jetzt an so einer Strecke Wie beispielsweise, weil die Sohle wohnst Wo für mich einfach Wirklich die schwierigste, steilste, technischste Strecke der Welt ist Stell dir vor, du wohnst dort Und fährst dort einfach drei, vier Mal pro Woche Dein Training Dann kommst du glaube ich auf Egal welche Strecke der Welt Und das einfach klacks Deshalb Ist das ganz gut so eine Strecke jetzt Wie hier Wo echt steil ist Und so ein bisschen angsteinflößend ist Direkt beim Haus zu haben Und immer fahren zu können Und das bloß alle Strecke Also So das ist meine Intention Dass das versteht Warum ich die Strecke herkriegt habe Also bis zum nächsten Video